Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Wir haben den Silvester-Vornachmittag und ich bin hier noch in Österreich unterwegs. Hier ist der Weißensee zugefroren. Ich laufe heute ein bisschen und zeige gleich ein bisschen mehr von der Gegend. Bis gleich nach dem Intro. Mitten in Kärnten, in Öschiland, am Weißensee, der hier echt zu großen Teilen zugefroren ist, kann man schon drauf gehen, kann man Schlittschuh fahren und ich laufe hier nebendran am Weg, der teilweise vereist ist, muss man aufpassen, aber schön gestreut, das können die Öschis nichts können. Winterdienst können sie. Ich laufe hier mal meine Stunde und da wird heute Silvester gefeiert. Jawoll, ich bin schon ganz gespannt, ob die Öschis auch etwas vertragen. Ist klar. Hier sind noch, guck mal hier, cool. Hier hinten sind schön die Berge da. Schön verschneit. Hinter mir war das Skigebiet, da hinten irgendwo. Aber ich bin jetzt so der Skifahrer. Ich bin hier nett für den Schnee. Nur zum Feiern. Das ist ganz wichtig. Also, ich laufe mal weiter und dann sehen wir mal, was es hier noch gibt. Hier im Hintergrund kann man den Weißensee sehen. Komplett zugefroren. Richtig schön zugefroren, das Ding. Da fahren die Schlittschuhe. Und spielen da Eishockey und so einen Käse. Obwohl da ein Schild steht. Stopp Lebensgefahr. Ist den scheißegal. Was ist so ein Leben in Österreich auch wert? Nichts. Die haben ja auch hier, äh, die haben doch hier diesen, wie heißt das? Äh, wie heißt das denn? Diesen Pass, äh, wenn man Organspendeausweis, genau. Den Organspendeausweis muss man hier sozusagen entgegengesetzt wie in Deutschland anwenden. Wenn man keinen hat, wird man ausgeschlachtet. Wenn man hier in dem Weißensee untergeht, ist man schön tiefgekühlt, dann wird sich das Organ länger halten. Und da ist es, glaube ich, ganz cool hier. Ganz viele Organe kommen hier aus dem Weißensee, die in Österreich verteilt werden. Logisch. Ja. Ich laufe mal weiter. Ich bin jetzt eine gute, äh, halbe Stunde unterwegs. Noch mal so viel. Da bin ich zufrieden für heute. Ich bin jetzt mittlerweile auf der anderen Seite vom See. Dreiviertelstunde unterwegs. Alles gut. Hier ist die ganze Zeit nur Schatten, deswegen ist es relativ kühl hier. Durch die Berge, die links und rechts sind. Ich bin jetzt so im Tal, äh, ist hier, ey, das ist nur Schatten. Den ganzen Tag. Voll der Scheiß. Da ist kurz mal Sonne und dann ist hier wieder weg. Bumm. Obwohl es eigentlich tachhell ist. Na ja. Ich mach jetzt noch eine Viertelstunde hier in die Richtung. Dann ist gut. So. Das war jetzt eine Stunde Jogging. Hier am Weißensee. Ich bin hier so einmal halb um den ollen See rumgelaufen. Jetzt geht's gleich zum Abendessen. Und dann Silvester feiern. Prost Neujahr. Rutscht gut rein. Feiert schön. Ich mach's ja auch. So. Also. Wir sehen uns dann im neuen Jahr. Puh.